Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Ich muss mein Minecraft-Projekt beenden. Tja, ich muss es wieder beenden, weil wieder alles schief gelaufen ist. Raccoon Games und ich haben uns gestritten wegen den Commands und so. Und ja, das Minecraft-Projekt hört auf. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit Minecraft mache. Vielleicht 5 Dinge Minecraft, die du noch nicht wusstest. Und ja, so Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, ich habe es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und zum nächsten Mal.